Bei mir, bei mir bist im Arsch daheim. Also bei mir zuhause gibt's Ärger. Weißt du, hast du Scheiße gebaut und... Nein, was ist der Arsch? Der Arsch ist der... Ja. Du bist dann im Arsch, oder? Genau, ich würde so sagen, bei mir bist du im Arsch daheim. Ich krieg richtig Ärger bei dir zuhause. Hätte ich jetzt mal so... Ja, gemeint ist, könnte man auch so interpretieren, ist es aber nicht. In dem Fall ist gemeint, bei mir bist du im Arsch daheim, du kannst mich mal. Ah, ach so, okay. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, bei mir bist du im Arsch daheim. Okay, ich hätte jetzt gedacht so, wenn du nach Hause kommst, dann kriegst du es auf den Arsch. Ja, könnte man so interpretieren. Es ist aber anders, aber es ist richtig übersetzt. Der Sinn ist ja da schwierig zu erkennen, aber irgendwie... Vier von fünf? Ja, definitiv.